hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft ist gerade aufgestanden ein neuer morgen hat begonnen ausserpfleglich ausgestattet das essen technisch aus ich wollte mir mal was in den ofen zu schmeißen habe ich das schon in meinen noch nicht fertigen haus damit ja und vielleicht will ich nicht hatte schon gebraten okay rotenfleisch schmeißen wir damit zu die knochen auch freilich warum alles gerade nicht ja du weißt noch nicht so okay dann haben wir alles so wobei stehen geblieben ich wollte jetzt irgendwie weiter bauen hier oben muss es auch noch weitergehen weit ist hier genauso hoch und muss ein bisschen tiefer liegen das weiß ich noch gar nicht ja ja nervt nicht was wir hier das ist nicht so einfach ein bisschen unentschlossen aber dann brauchen wir stein jede menge davon da können wir ein bisschen mehr rüstung machen aber das ist mein schönes eisen auch wieder alle dann bald so und dann brauchen wir noch hier diesen spezial stein ein bisschen so haben wir hier eine ecken schöne musik die musik ja gerne von inkompetentech nehmen aber es ist trotzdem so ein bisschen nervig wie du es mit der urheberrechtsgeschichte bei youtube jedes mal wenn ich film reintur muss ich mir erst mal erst mal sagen ich finde jetzt die formulierung nicht jedenfalls muss ich jedes mal bestätigen dass ich die daten benutzen darf also ich werde überlegen ob ich überhaupt noch weiter mit musik aufnehme weil das dann auch immer so ein nervkramm ist jedes mal zu begründen warum ich da die musik von denen und denen benutze ich hatte mir auch mal eine cd gekauft voll mit mp3s und so und da jedes mal beschweren sie sich wegen urheberverletzungen und bla 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 obwohl diese cd gezielt eben dazu ist dass ich mir meine eigenen videos mit schneiden und vertonen darf und ja ich habe die rechte dann auch für für die musikstücke auf dieser cd und überhaupt die türen ist ja alles mögliche drauf hoch ja ich weiß nicht das ist auch wenn ich stein durcheinander bringen so ein bisschen nervig ist das halt einfach so mache ich das jetzt hier so dass es hier herangeht ne ja wo ganz verkehrt ist es nicht mehr ruhig oder aber ich glaube ich hab's selbst genommen ne weiß nicht ob ich da jetzt ganz einen stein nehmen soll ob das so gut ist ah doch ruhig machen wir ruhig so hop 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 und die äußeren hier so dann haben wir natürlich wieder viel zu wenig davon genau haben wir euch erwartet man mal man 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 ja genau das ja also es ist nicht so einfach ne 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 die CD-Fuhr holen von der Kompetenz, also jetzt dann so, ach, wenn so, na, wenn so meine Finanzen sich so ein bisschen beruhigt haben, ich denke, oh, huch, wurde gefallen. So, ähm, da muss ich aber hier in der Ecke auch so, ne? Ne, muss ja gar nicht, oder? Ne, muss gar nicht, muss gar nicht, muss nicht, muss nicht, muss nicht. So, dann hier so, zack. So, auf jeden Fall sieht keiner diese Ecke. So. Huch, ähm, muss sein Höhe. Das soll ja nicht so klein bleiben. So klein. So, okay, dann machen wir es mal falsch. So. Schöne Tralala-Musik. So eine spannende, klassische Musik ist ja schön. Ja. Ja, zum Baum vor allen Dingen, finde ich. Ich weiß nicht, das soll meine Fläche. Manchmal ist ja, äh, ja, hier wird schon was jetzt kommen. Ich muss noch mal ein paar Schaufen Kräften. Mal drei Stück. So weit. So. Das war jetzt gerade nicht. Also lege ich auch mal hier rein, falls mir was passiert. Das war jetzt auch gerade nicht. Die brauche ich ja gleich zusammen, ich ja jetzt. So. Mal gucken, wir wollten ja noch was, einiges begradigen hier. Hm. Ja, das musst du bleiben. Genau, wir wollen das hier noch weg. So. Ich hab's noch keinen genauen Plan, wie das hier alles aussehen wird. Zum Schluss. Ah, nee. So. Zum Schluss. Aber ich bin da ganz optimistisch, dass das dann am Ende ganz gut aussehen wird. Vor allem haben wir ja richtig Leben in den Dorfbevöl... Dorfbewohnern. So. Ja, ich denk mal, das wär bestimmt gut. So, was auch fehlt. Das muss hier weg. So, das ist so gut auch. Ja, klar. Ähm, vor allem das hier was weg. Das muss weg. Das muss weg. Ich hab mir jetzt schon nichts zu suchen. Okay. Ähm, ich schaufel hier, wenn wir jetzt mal die verbrauchen sollen. So. Ähm, ja. Die muss auch weg. So. Okay. Hm 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 Hier machen wir den Hauterstein weg. Das sieht einfach nie aus. Das machen wir hier weg. Wir müssen das leider auch wieder auffüllen. So. Okay, dann schippen wir mal weiter. Das ist noch ein bisschen aus dem Tag gekommen, aber jetzt kann es weitergehen. Mal sehen. Das ist ja alles weg. Ja, es tut mir ja leid, das ist natürlich alles extrem langweilig. Aber mein Haus will ich noch fertig haben. Und das geht bis bald. Damit ich mal so richtig erst mal ankommen in diesem Spiel. Auf dieser Welt. Wir haben hier viel... Warte, wir haben hier so viel Stein rauskloppen in Ordnung. Ich fahre. Mhm. Vielleicht schon wieder dunkel. Was soll denn das? Was soll denn das? Na gut, dann gehen wir erstmal ein bisschen schlafen. Dann werden wir gleich als nächstes hier vorne weiter weg räumen. Wie hier vorne schon mal gut aussieht. Ja, Leute, Schlafenzeit. Ab in die Gruyenne. Grüne Wesen überall. Schlafen legen. Gute Nacht. Oh, schon wieder. Aber sie kam mir gerade so vor, dass ich gerade jetzt die Augen zugemacht habe. Naja, okay. Hat einen guten Schlaf gehabt. Gibt die Nacht besonders schnell. So. 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 Wenn wir es mal hier auch hübsch machen. La 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 la. Ha? Baumschwein. Schön. Wie sieht es gut aus hier. Schön. So. Gefällt mir. Schön. Standort ausgesucht. So. So. Musik ist so geil. Schön. Mag das. So. Hübsch. So. 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 See. brauche ich auch noch jetzt nicht einfach fahrlos abgerissen hier alles braune erde brauche ich auch noch ja ich lasse euch ordentlich leiden jetzt hier weiter ja dann muss das ja auch noch weg das ist alles gar nicht ja ja natürlich auch hier müssen wir eben ein bisschen was die nase ziehen und mich irgendwie unterhalte ist ja auch ein bisschen langweilig hier wenn ich hier rumschaufel brauchen wir ja auch nicht so viel denken dabei ne man schippelt also vor sich hin ich habe nicht jedes mal themen ich habe ja so ein spezialvideo rausgebracht zwei neue news was aus der games da habe ich immer so schöne e-mails von der games da regelmäßig und was neues auf der welt passiert naja gamer wird ja das hier erst mal die unterlassung verlassen verlassen klage das falsche ziel geschickt hat wir haben das nicht nach youtube geschickt sondern nach google auch wenn youtube und google irgendwie so ein bisschen zusammen sind aber google hat definitiv eben halt nichts mit youtube so zu tun auf jeden Fall ist das nicht der richtige ansprechpartner dazu ja jetzt müssen sie halt sehen dass sie das rechtzeitig nach new york geschickt kriegen die klageschrift ja das ist ja noch alles eine lustige geschichte ähm ich weiß nicht warum man sich da nicht so einigen kann das muss doch irgendwie eine konsensmöglichkeit geben oder ein